Oh, ich kann das Atifakt entsehen. Oh. Toll. Geil. Na, ich kann schon mal irgendwas kaputt schließen von oben. Ich hoffe, ich komme da wieder irgendwo runter. Nein, wahrscheinlich muss ich jetzt wieder den ganzen Weg zurückfahren und dann oben lang. Ich kenne das doch. Nein, Moment, die sind... Die kommen von unten, oder? Ihr kommt ab sofort von unten, das befehle ich euch. Also, ihr seid jetzt von... Ja, ich glaube, die sind von unten gekommen. Boah, wenn hier nicht alle so lahm wären. Mensch, was habt denn ihr geladen? Ihr wiegt doch bloß ein paar Tonnen. Mensch, wer ist denn, da laufe ich ja schneller, als ihr fahrt. So, die Temperaturen halten sind aber trotzdem praktisch. Komm. Ja, ist hier genug repariert. Einmal müsst ihr sie jetzt halt auch noch... Oder lackieren, oder... Lustige Muster draufsprühen. Komm, sterbt einfach. 8 Minuten 33. Ich habe immer noch das Gefühl, dass das eng wird. Könnte eng werden. Könnte eng werden. Was macht ihr da oben? Zoomt ihr euch ein wenig an, oder was? Ruinen? Komm, berg mal das Atefakt. Genau, genau. Was können wir erforschen, was können wir erforschen? Schweres Maschinengewehr. Oh, geil. Krieg ich auch mal irgendwann eine richtige Waffe? Oder... Ah! Meine Temperatureinheiten! Scheiße! Ruinen? 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 Sie dürfen nicht sterben, so. Wo wolle ich? Da wolle ich zurück, weil da noch was war, glaube ich, oder? Aber repariert euch halt mal hingegenseitig. Ja, ich weiß, dass ich zur Landezone zurück muss. Hast mir schon mal gesagt. Schaut euch, darf ich gleich den ersten Spielstamm wieder laden, weil ich viel zu langsam bin. Ah, sieben Minuten wird eng. Wird eng. Obwohl, kommt auf die Einheitenmenge jetzt an, was da noch so kommt. Äh, vielleicht kommen jetzt noch mal 20.000 Einheiten, ne? Wie war denn das? Die habe ich doch noch gespielt, oder? Hatte ich die bisher nicht noch gespielt, auf leicht? Ah, ich spiele es auch schwer, ne? Warum spiele ich das überhaupt noch schwer? Ich kann es einfach auf leicht spielen und... Ja, ich fahre ja schon zurück. Mensch. Und war da noch irgendwas, oder? Habe ich doch vorhin irgendwas blinken sehen? Nein, da ist gar nichts. Doch, nein. Feinde, hör, geil. Was zum kaputt schießen? Dass mich gleich kaputt schießt. So, wir haben noch ein wenig Zeit. Ein wenig Zeit haben wir noch. Oh ja, ich habe verstanden, wo ich hin soll. Aber Moment, ich will, ich will, ich will noch einen Spoilenstand anlegen. Wir haben doch genug, ey, jetzt. Nein, Moment, da will ich hin. Mal schauen, ob da oben vielleicht noch ein Atefakt oder sowas ist. Irgendwas, was ich halt mitnehmen kann, auch repariert mache. Schnell, schnell, schnell. Ach, komm, wir haben doch keine Zeit. Scheiß Kettenraucher da. In was für schießen die denn da überhaupt? Elektroschocks. Wenn sie wieder wach. Besser als ein Kaffee. Ja, so ein Kaffee wäre jetzt... Moment, ich will gar keinen Kaffee. Ich trink doch gar keinen Kaffee. Hä? Ob ihr stillhört, es war dahin und ihr fahrt jetzt daher und schießt diese Blechhütte kaputt. Komm, Blechhütten sind böse. Die müssen vernichtet werden. Warum auch immer. Was sind das denn für billige Hütten da? Geh, geh. Ich glaube langsam, ich soll zur Landezone zurückkehren. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass das so Missionsziel wäre technisch irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich da draufkomme. Komm, da liegt das so irgendein Mega-Artefakt rum mit einer 3-37-Überwaffe. Komm, komm. Nein. Yeah, ich habe die ganze Mission gemacht, um ein wertvolles Forschung zu bekommen. Wie das schwere Maschinengewehr. Geil. 12,7 Millimeter auf so direkt sehen, klingt das doch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Gut, die Kaliber ist ein bisschen klein, aber... So, 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 jetzt haben wir drei verschiedene MG, ist schon geil. Es wiegt mehr. Was haben wir da? 34, aber noch weniger Munition. Aber die Reichweite ist wesentlich höher. Aber es wiegt auch mehr. Egal, wir bauen das schwere Maschinengewehr jetzt. Ich setze auf Feuerkraft. So, völlig sinnlos. Und wir bauen davon gleich mal zwei Stück. Oh, wie schnell es geht, wenn mehr Energie hat, das ist... ...unbeschreiblich. Es dauert immer noch ewig, geil. Ja, wir haben es ja nicht eilig. Komm. Haben wir mal eine Beschleunigerei. Speichern Feuer nochmal. Na, dass ist noch irgendwas Dummes passiert. Und bauen das doch ein paar Maschinengewehre. So, neun Stück. Haben wir so viel Zeit? Wir haben so viel Zeit. Komm. So viel Zeit muss sein. Haben wir irgendwas vergessen unterwegs? Nö. Nö, doch. Wir haben gut aufgeräumt, möchte ich sagen. Ja, doch, wir waren gut unterwegs. Gut unterwegs und ja, so viel Zeit haben wir noch. Komm. Rückkehr zur Landezone. Okay, so Scheißgeräusche sollte ich lassen. Noch irgendwas. Irgendwas, wo ich vielleicht noch hätte sagen können. Das habe ich bis zehn. Nein, eigentlich nicht. Da könnte ich höchst nochmal hinfangen. Nein, das dauert zu lang. Dauert viel. Nein, halt. Bleibt ihr da. Ihr misst nicht. Oh, ja. Und ich habe nicht eine Einheit verloren. Haha, bin ich gut. Ich bin so gut, ich bin so gut. Und in der nächsten Mission sterbe ich. Nein, die habe ich glaube ich auch noch gespielt gehabt damals. Erst in der vierten Mission. Oder Wann habe ich aufgehört? Dritte oder vierte Mission. Und ich solle vielleicht nicht so am Kabel von meinem Headset ziehen. Dann reiße ich es nochmal irgendwann raus. Das wäre unschön. Wir könnten gleich noch ein paar Einheiten bauen. Na, wir wollen es nicht übertreiben. Komm, werd fertig. Werd fertig. Rückkehr zur Landezone. Ja, ich gehe ja gleich zurück. Erst wenn die fertig sind, aber... Komm, komm, komm. Und tschüss. Hau mal ab. Ja. Speichern. Äh, Mission 3 war das jetzt. Spiel fortsetzen. Video. Und es wird empfohlen, ihre Stellungen auszukündschaften, bevor sie einen Angriff unterbinden. Für diese Mission sind Verstärkungen verfügbar. Missionstimer aktiviert. Schweren Maschinengewehr. Ich hab doch da mehr gebaut, oder? Okay, ihr geh da rein. Du fällst auch da rein. Kann ich irgendwas neues bauen, oder so? Müllbautschuhl am Vorderen. Äh, nein. Forschen können wir auch nix. Video haben auch keins mehr. Jut, jut, jut. Ja, ihr seid so schlau und steht immer noch da, ihr dummen Arschlöcher. Okay, okay, okay. Die Mission war, glaube ich, so richtig scheiße. Die hatten da so richtig übeln Panzer da rumstehen, da irgendeine komische Laserkugel oder so auf mich schoss irgendwann. Ich erinnere mich. Das war richtig scheiße, Moment. Ja, blockt euch, weil ich da so viel Zeit hab. Oh, ihr seid so dämlich. Nein, nicht du. Du hast kein schweres Maschinengewehr. Schauen wir mal, schauen wir mal. Oder? War das die? Nein, hey? Nö. Nee. Kam da vorher noch ne andere Mission? Kam da vorher noch ne andere? Oh, komm, fahr mal weg, fahr mal weg! Ah nein, dann war das die gar nicht. Ich hatte doch gar nicht so weit gespielt, oder haben die die Mission geändert? Oder war das Bild einfach nur so gedreht? Ich bin verwirrt. Verwirrung macht sich breit. Oh. Geht schneller, oder? Hab ich das Gefühl. Und wieder explodiert einfach mal alles. Boom, 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 boom. Vernichtung.